Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Let's Play The Whispered World. Ja, und wir waren letztens hier bei den kleinen, ja, bei diesen Gnomen hier, was auch immer das ist, dem Bote, sind wir, ähm, den wollten wir jetzt mal ansprechen und ich fackel nicht lange rum und, äh, sage, ja, reden wir mal. Oder warte mal, wir begucken uns ihn erstmal. Was für eine merkwürdige Kreatur. Hm, da sprichst du mir, äh, ja. Hallo. Ah! Oh, Gott sei Dank, du bist offenbar kein Askel. Was bin ich nicht? Ach, nichts, alles bestens. Endlich treffe ich mal jemanden. Kommst du hier aus der Gegend? Nein, wir sind mit unserem Zirkus auf der Durchreise. Mist, wäre ja auch zu schön gewesen. Wer bist du? Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du ein Spion der Askel? Vielleicht. Ach, so ein Unfug. Natürlich bist du kein Askel. Es tut mir leid. Ich bin nur etwas nervös. Mein Name ist Bobby. Ich komme von weit her. Oh ja. Ich bin ein Chaski, musst du wissen. Und du bist? Ich bin Sedgwick. Meine Familie hat einen kleinen Wanderzirkus. Verstehe. Du bist so eine Art Clown? Wir sind Schausteller. Also ein Clown. Du siehst nicht gerade fröhlich aus, wenn ich das sagen darf. Bobby, also, äh, ja, wir sind ein bisschen melancholisch, ein bisschen, ähm, ein bisschen traurig. Ähm, haben schlecht geschlafen und, ähm, haben schlecht geschlafen und, äh, deshalb sehen wir ein bisschen, naja, eingeknickt aus. Chaski. Chaski. Was bedeutet das? Was? Du kennst die Chaski nicht? Das Wort bedeutet Bote. Wir erledigen wichtige Aufträge für den König. Chaski. Jetzt dämmert es mir langsam. Opa hat von euch erzählt. Aber du kannst kein Chaski sein. Ach ja? Warum nicht? Ja. Chaski sind noble Botschafter Coronas und keine... Ach ja? Und wo denkst du, komme ich her? Naja, du siehst eher aus, als kämst du aus einem... Ich komme. Jawohl. Direkt vom Königshof. Du? Aus Corona? Das glaube ich dir nicht. Glaub es ruhig. Ich bin ein Chaski. Und ich bin im königlichen Auftrag unterwegs. Äh, ein Moment kurz. Hat der, ähm, der Chaski, der Bobby, ne? Hat der eine Pfanne auf dem Kopf? Äh, okay. Okay. Chaski sind raffinierte Spurenleser und keine... Auch wenn es vielleicht so aussieht. Ich habe mich nicht verlaufen. Ich bin mir nur nicht sicher, wo es lang geht. Das ist alles. Chaski sind mutige Helden, keine... Das stimmt. Was denkst du denn, was mich hierher verschlägt? Ich befinde mich auf einem haarsträubenden Abenteuer. Das Schicksal der Welt liegt in meinen Händen. Du übertreibst. Kein Stück. So ausweglos war die Lage selten. Ich erzähle dir lieber nichts davon. Du könntest nachts nicht mehr ruhig schlafen. Ha, dann wäre ja nichts verloren. Chaski sind heitere Abenteurer und keine... Ha, das musst du gerade sagen. Bei deinem Anblick geht auch nicht gerade die Sonne auf, weißt du? Ich habe nicht gut geschlafen. Ich leide unter Albträumen. Albträume sagst du? Also ist dann doch die Vermutung, dass er durch seine Albträume ein bisschen, nun ja anders ist. Nicht lustig und gut gelaunt, sondern eher traurig drauf und ein bisschen in sich eingesackt. Eigentlich weiß ich gar nicht so viel über die Chaski. Und ich habe leider keine Zeit, dir von meinen tollkühnen Abenteuern zu erzählen. Schade eigentlich. Sie sind sehr spannend und episch. Und hier und da gibt es sogar amüsante Passagen. Tja, ein Jammer. Hast du Lust auf Zirkus? Was? Spinnst du? Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit für solche Kinderreihen? Geh du mal ruhig zurück in deinen Zirkus, Kleiner. Ich hingegen muss mich um die großen Aufgaben dieser Welt kümmern. Die großen Aufgaben dieser Welt liegen in deinen Händen? Ist ja beruhigend. Ja, ha. Und weder Elefanten noch bunte Bälle können mich von meiner Aufgabe ablenken. Nicht einmal lustige Äffchen mit Hüten. Ihr habt nicht zufällig auch Äffchen in eurem Zirkus, oder? Nein. Nein. War ja klar. Und wenn, hätte es mich auch nicht interessiert. Denn ich bin ein Chaski. Und nichts kann mich von meiner Aufgabe abhalten. Ja, ja. Äh, das sagen sie alle und dann kommen sie trotzdem. Was genau ist denn dein Auftrag? Nicht, dass mich das wirklich interessieren würde. Eigentlich ist das geheim. Aber na gut. Ich erzähle es dir. Ich trage ein wertvolles, mächtiges Objekt bei mir. Den Flüsterstein. Den was? Flüsterstein. Küstnerbein? Den Flüsterstein. Hör doch zu. Wie denn, wenn du so nuschelst? Mein Auftrag ist es, ihn nach Corona zurückzubringen. Zum Schloss des Königs. Ja, okay. Ähm, was ist der Flüsterstein? Flüsterstein? Das klingt aber nicht besonders mächtig. Viel weiß ich auch nicht darüber. Aber ich weiß, dass er sehr wichtig ist. Die königliche Steinsammlung wäre sonst einfach nicht komplett. Damit ist nicht zu spaßen. Soweit ich weiß, benötigt ihn der König, um das Ende abzuwenden? Und jetzt soll ich dir wahrscheinlich mit deinem Auftrag helfen, richtig? Haha, der Clown will einem echten Chaski bei seiner Mission helfen. Das ist ja echt zum Piepen. Was denn? Ich kann sicher nützlich sein. Unmöglich. So viel wie du habe ich schon lange drauf. Haha, als Clown bist du schon mal nicht schlecht. Was auch immer. Dann mach dein Kram doch alleine. Hey, hey. Immer mit der Ruhe. Ich kann ja verstehen, dass dich meine Abenteuer faszinieren. Ähm, ja. Wow. Aber du weißt einfach nicht, worauf du dich da einlässt. Das Leben eines Chaskis ist voller Gefahren. Du bringst dich in große Schwierigkeiten. Wenn du mir helfen willst, musst du dir ganz sicher sein. Ähm, gefährlich sagst du... Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Also mutig bist du schon mal. Das ist gut. Aber bist du auch geschickt genug? So geschickt wie du bin ich schon lange Wenn das stimmte, wäre das großartig Geschicklichkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften der Chaski Ich frage mich aber, ob du optimistisch genug bist Eigentlich machst du eher einen negativen Eindruck auf mich Chaski zeichnen sich aber durch ihr sonniges Gemüt aus Daraus schöpfen sie die Energie, auch in der schwierigsten Lage noch einen Ausweg zu finden Bist du wirklich fröhlich genug? Was mir aufgefallen ist, der kleine Sedgwick Der schafft es, zwar die Wahrheit Der kann nicht so ganz die Wahrheit aussprechen Gerade wenn es um andere geht, wie zum Beispiel Wo er halt gesagt hätte Dass der kleine Herr Bobby Es kein richtiger Chaski ist, weil er nicht heldenhaft wäre Ähm, da konnte er seinen Satz nicht richtig aussprechen Und, ähm, aber jedes Mal wenn er gelogen hat Sozusagen wie gerade eben, dass er nicht tollpatschig wäre Und eigentlich ist er es ja ein bisschen Und, ähm, naja, ich mach mal hier weiter Was für ein Anlass hätte ich denn fröhlich zu sein Oh je, wie ich vermutet hatte Ich fürchte, mit deiner negativen Einstellung kannst du mir nicht weiterhelfen Schade eigentlich Immerhin bin ich ein Clown, oder? Hast du nicht eben etwas anderes behauptet? Das hast du nur falsch verstanden Ich habe schiefe Backenzähne, darum nuschel ich manchmal ein wenig Ach so, na dann Es sieht so aus, als wenn du die nötigen Eigenschaften mitbringst Super, ich bin nämlich wirklich verzweifelt Und die Zeit rennt mir auch langsam davon Mach dir mal nicht so viele Hoffnungen Ich bin nicht besonders gut in sowas Eigentlich werden die Probleme immer nur schlimmer und komplizierter, sobald ich mithelfe Hm, das klingt eigentlich weder mutig noch fröhlich oder geschickt Vielleicht sollte ich deine Fähigkeiten erst mal auf die Probe stellen Ein Test? Ja, du könntest mir etwas zu essen fangen Ein Fisch wäre jetzt genau das Richtige Was? Ich soll dir einen Fisch fangen? Ich wollte dir auf deiner Mission helfen Um den Büttel zu spielen, kann ich genauso gut wieder zurück zu meiner Familie Immer langsam, erst einmal zeigst du mir, was du drauf hast Indem du mir einen Fisch fängst Und dann weihe ich dich in meinen Auftrag ein Meinst du, du bekommst das hin? Naja, kommt drauf an Äh Kannst du dir nicht selbst was fangen? Ha, natürlich könnte ich das Ich bin immerhin ein Chaski Aber dies ist deine Lektion Du musst sie ganz alleine bestehen Sagte der Herr mit einer Pfanne auf den Kopf Können wir das mit dem Fisch nicht überspringen? Nein, Sedgwick, so leid es mir tut Ich muss wissen, was du kannst, bevor ich dich in die Wege der Chaski einweihe Die Wege der Chaski? Oh Himmel Ich sehe viel Potenzial in dir, aber die Mission ist zu wichtig Ich muss sicher sein, dass du auch das Zeug dazu hast Was auch immer Ich schaff das nicht Du kannst doch jetzt nicht einfach aufgeben Ein Chaski, gib niemals auf, Sedgwick Ich bin kein Chaski Und auf diese Weise wirst du auch nie einer Ich gebe dir einen Tipp Wenn du nicht weiterkommst, frag dich einfach Was würde Bobby in dieser Situation machen? Tatenlos rumsitzen Wie ich sehe, muss ich dir noch eine ganze Menge beibringen Ich krieg das schon hin Ich glaube an dich, Sedgwick Ich frag ihn nochmal kurz wegen Corona Stimmt es, was man sich von Corona erzählt? Kommt drauf an Was erzählt man sich denn? Und danach gucken wir, wie wir den Fisch bekommen, denn ich hab keine Ahnung wie Ich habe gehört, dass der König tot ist Er ist nicht tot, aber er ist sehr schwach Ich glaube, es ist das bevorstehende Ende, das ihm so zu schaffen macht Ich habe gehört, dass Corona gefallen ist Noch nicht, aber die Lage wird immer bedrohlicher Die Asgiel sind bis zum Schloss vorgerückt Die Asgiel? Ja, ein abscheuliches Volk Ich fürchte, es ist nur noch eine Frage der Zeit Ich habe gehört, dass das Ende bevorsteht Das stimmt leider Das Land um Corona hat sogar bereits begonnen auseinanderzufallen Wie in meinem Traum Du hast davon geträumt? Oh oh, das ist nicht gut Das ist überhaupt nicht gut Wieso sagst du das? Ach nichts, vergiss es einfach Ich habe eigentlich nur Gerüchte gehört Nun, es stimmt nicht alles, was man so hört Aber die Lage ist ernst Hm, na gut Oh, hier ist noch was Neues Frag mal wegen die Träume Meinst du, dass meine Träume etwas zu bedeuten haben? Mein Bruder Ben sagt, ich soll mir keine Sorgen machen Ja, hör auf deinen Bruder Schlaf einfach weiter Und tu so, als wärst du niemals mit den großen Problemen dieser Welt in Berührung gekommen Ja, als hättest du mich nie getroffen Das ist besser für dich Ignoriere einfach, dass die Welt am Abgrund steht Und dass wir alle dem Untergang geweiht sind Trägst du nicht ein bisschen dick auf? Ach, du denkst, ich übertreibe? Es hat bereits angefangen, Sedgwick Das Land zerfällt Das Ende rückt immer näher Wie in meinem Traum Das war dein Traum? Oh, das ist nicht gut Das ist gar nicht gut Wieso? Es sind nur Träume Nur Träume? Nur Träume, sagt er Und wenn nicht? Was, wenn es eine Vision ist, hm? Eine Vision, sagst du? Zugegeben, sehr unwahrscheinlich in deinem Fall Nur wichtige Leute haben solche Visionen Könige Orakel Und Chaski Trotzdem Der Gedanke ist beunruhigend Bis später Ebenso Ähm, der will also jetzt erstmal seinen Fisch Und, ähm Ja, also wahrscheinlich haben diese Träume Man hat das ja gesehen am Anfang Ähm Äh, diese blaue Gestalt Was, ähm Hat man ihn ja träumen sehen Und, ja Vielleicht hat das dann doch etwas Was zu bedeuten So, ich gucke mal Was haben wir denn alles im Inventar? Ah, ich frage mich, wie wir einen Fisch, äh, besorgen sollen Ist hier irgendetwas? Hm Ähm, wir haben ein Ast, ein Kompass, eine Karte, eine Schatulle Warum die noch, ähm, im Inventar ist, habe ich keine Ahnung Bärenqualle Und Haarnetz Hör mal Ähm, wenn ich jetzt, äh Vielleicht könnte ich das Haarnetz zum Fischfang benutzen Nein, keine Chance Ich komme nicht nah genug an die Fische heran, ohne dass sie vor mir flüchten Ich bin einfach zu ungeschickt Okay Äh, okay Also das Haarnetz, ähm, ist schon, äh, korrekt Vielleicht so mit der Schaufel Ich sollte das Haarnetz nicht kaputt machen Ich finde ja jetzt bereits immer ein Haar in der Suppe Nicht auszudenken, was passiert, wenn Opa die Haare beim Kochen offen trägt Hm, hm Okay Haben wir denn noch irgendwas im Inventar? Nehmen wir mal die Schaufel weg So, ähm Was mit dem Haarnetz ist blöd? Vielleicht mit dem Stock? Oder mit dem Ast? Na mal sehen Hm Ein dürftiger Kescher für einen dürftigen Clown Passt doch Ah, okay Können wir jetzt, äh, einen Fisch fangen? Hey, das hat ja tatsächlich funktioniert Da hat der ungeschickte kleine Bruder wohl doch mal was geschafft, hä? Ha, ha, ha Ja, wir haben hier zusammen Und jetzt, wir haben Ja, wir haben einen Fisch Wir haben einen Fisch gefangen Das ist super Und ich würde sagen, den bringen wir auch gleich Bobby Ich habe es geschafft Ich habe einen Fisch gefangen Oh Das ist die erste gute Nachricht seit Monaten Erzählst du mir jetzt von deiner Mission? Ich habe es ja versprochen Aber sei gewarnt Wenn du mir hilfst, begibst du dich in große Gefahr Die Askil sind mir dicht auf den Fersen Ich sollte mich eigentlich schon gar nicht mehr hier aufhalten Jetzt übertreib mal nicht Hm, du hast ja keine Ahnung Also, bist du dir ganz sicher, dass du damit reingezogen werden willst? Das hatten wir doch schon Ich bin mir absolut sicher Wie du willst Also, hast du schon einmal von Shana gehört? Nein, nicht wirklich Hm Shana, Shana, Shana Da läutet etwas Aber sag du zuerst Sie ist ein Orakel Eine Art Hellseherin Und der Legende nach wohnt sie hier irgendwo im Herbstwald Aber es ist wohl doch nur eine Legende Ich habe mich schon halbtot gesucht Ich werde die Suche abbrechen Ich darf mich nicht zu lange hier aufhalten Ich fürchte nämlich Die Askil sind mir auf den Fersen Sag mal, wegen dieser Shana Ja Was ist mit ihr? Was willst du denn von Shana? Corona ist weit entfernt Ohne Hilfe würde der Weg dorthin Monate dauern Ich habe die Hoffnung, dass Shana Rat weiß Es muss eine Möglichkeit geben, den Weg zu verkürzen Hm, okay Wo soll ich denn nur anfangen zu suchen? Ich weiß nur, dass sie in einer Hütte mitten im Herbstwald leben soll Aber wo genau? Keine Ahnung Ich bin über die Hügel im Osten gekommen Von da aus hat man einen ganz guten Ausblick über das Tal Und den ganzen Herbstwald Aber eine Hütte? Fehlanzeige Das einzige, was auch nur entfernt an Gebäude erinnert Sind diese Ruinen im Westen Aber da war ich auch schon Ein paar Säulen und Statuen Sonst nichts Dann gibt es da wohl noch eine Höhle nahe der Berge Tja Und schließlich bliebe nur noch der Wald selbst Vielleicht kann man sich ja von diesem riesigen Baum im Süden Einen Überblick verschaffen Wenn du willst, zeichne ich dir diese Punkte auf deiner Karte ein Tja, das wäre zumindest ein Anfang Ein Orakel? Kann sie auch Träume deuten? Natürlich Dann muss ich auch zu ihr Vielleicht haben meine Träume etwas zu bedeuten Hm, ich kann dich ja mit hinnehmen Wirklich? Das wäre großartig Endlich werde ich rausfinden, was es mit diesen Träumen auf sich hat Vorausgesetzt natürlich, wir finden sie Ja, ich habe so das Gefühl, dass das nicht einfach wird Wo finde ich Shana noch gleich? Ich weiß nur, dass sie irgendwo in der Nähe in einer Hütte wohnen soll Aber alles, was es hier zu geben scheint, ist Wald, Wald und nochmals Wald Die einzige Ausnahme scheinen diese Ruinen im Westen zu sein Und vielleicht schaust du dich auch noch einmal bei der Höhle im Osten Oder bei dem Hohen Baum im Süden um Ich habe dir alles auf deiner Karte eingezeichnet Okay Genug von Shana, lass uns über etwas anderes reden Wie du willst Was hast du denn sonst noch auf dem Herzen? Eigentlich nichts mehr Bis später Ebenso Und melde dich, sobald du einen neuen Hinweis auf Shana hast, ja? Auf alle Fälle Okay, also er hat uns neue Wegpunkte freigeschalten Und mal gucken, wo... Hallo? So, jetzt Gehen wir mal auf die Karte Und, ähm... Ah, Baumruinen Mich interessieren, äh, die... Ah, komm, wir gehen erstmal zum Baum Oh Sieht ja, äh, nicht schlecht aus Was haben wir denn hier? Ah, okay Baum Der Baum Der Baum erinnert entfernt an Opas Baumkuchen Hab ich erst einmal genug von Harz? Mein Bauch fühlt sich noch immer ganz klebrig an Okay Äh... Ähm... Ähm... Ja, das ist nicht... Ganz schön harzig Es sieht so aus, als würde der Baum bluten Können wir ihn mitnehmen Ähm... Nein, nicht den Baum Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Hat er jetzt, ähm, ja. Ich wollte eigentlich... Nein, ich will den Harz, genau. So. Mit bloßen Händen bekomme ich das Harz da garantiert nicht runtergekratzt. Alles, was ich bekäme, wären klebrige Finger. Haben wir da was im Inventar? Ich, ähm, ja. Oh, wir haben eine Grete im Inventar. Ähm, wir haben einen Kurken noch, ein ekelhaftes Taschentuch. Vielleicht mit den Zähnen abknabbern? So. Hm, daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Aber erst einmal müsste ich das Harz vom Baum abbekommen. Aha, das sieht aus wie ein Rätsel. Und, ähm, ja, an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal einen Stopp. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssi.